so hallo meine lieben und willkommen zur nächsten runde war so dann wollen wir mal gucken was wir heute so heute so schaffen können den wollen wir haben so mal gucken wo es hingeht mal schauen wie verlassene fabrik ist auch gar nicht mal so schlecht da möchte ich so da schauen wir mal wie es heute so läuft klasse ich bin der einzige das klappt ja richtig gut gucken wir mal wo wir uns hier so präschen ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Punkt B, angreifen! 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 Unbefalt! Unbefalt! Don't be angriffen! Ah, komm, schau. Ach, dieses scheiß kleine Raddinger. Ganz schön fies, die kleine. Vor allem steht die Sonne schon wieder so, ätzend. 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 Guck, wo das kleine Scheiß drin ist. Die Sonne schon wieder so, ätzend. Die Sonne schon wieder so, ätzend. Die Sonne schon wieder so, ätzend. Oh, Mann. Einen haben wir noch. Das war nicht unbedingt so ein Erster-Reihe-Kampf gewählt. Oh, oh. Wir schauen mal. Die Sonne ist echt fies. Das ist eine kleine Idee, mal gucken, ob das was wird. Die Sonne schon wieder so, ätzend. 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 Mal gucken. Die Sonne schon wieder so, ätzend. in diesem Fall sehen, dass wir uns beepen das war nur ein Tag das ist natürlich jetzt sehr schlau Entschuldigung, ich kann nicht schießen Na komm, na komm, na komm Ja, jetzt sind es noch an nachzuladen Soviel zu dem Thema Das fing ja schon mal an Oh, es war klar, dass er denn noch erst nachladen musste Platz 7 Verstärkung ist immer gut Tja, ich würde sagen Auf in die nächste Runde Mal gucken, wo wir da landen Jetzt Hm, das kennen wir ja schon Oh, wir gehen mal unten hin Da fahren aber nicht Fahren wir nach 10 Ne, wir fahren nicht nach 10 Wir versuchen mal hier so Mal gucken, ob das Aus So, mal gucken ob wir irgendwie uns so hinstellen können, dass wir uns also ein bisschen irgendwo uns was abholen können Gucken ob das was wird hier Ich glaube das war eine Scheiße hier Was ist das? Was ist das? Sag doch, das war ne scheiß Idee Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist der? Wo ist er denn? Verbündete Drucken haben mein Gebiet eingenommen Ach da! Da komme ich ja nicht hin Das ist halt eine Scheiße Und wieder so ein scheiß Radding Die sind schon vorne, ich glaube es ist ja nicht Nichts Weil ich nicht für mich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Mann! Das ist immer geil, man sieht's... Ich bin zu langsam aus. Das darf ich jetzt schon reparieren. Also kommt jetzt gleich die nächste Bombe und dann rast das wieder. Da kommt ja schon angeflogen. Und... Oh Mann! Oh Mann! So eine Art, die es trifft. Von denen jetzt mal wieder her. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Dann versuchen wir unser Glück noch mal da lang. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Okay Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! mal gucken, mal gucken, ob keiner guckt das ist ja die schon wieder ein C drin, ich glaub das ist ja nicht das ist doch so klar tja probieren wir nochmal nach C zu kommen was ich nicht glaube auf jeden Fall nicht ohne zu sterben so tja, das war denn ja heute semiproduktiv aber wir haben ein paar Gates gemacht schon wieder Platz 7 ein Luftziel, ein Wohnziel können wir mit leben so dann kommen wir da nochmal rein gut ich würde sagen das war's für heute schön dass ihr wieder mit dabei wart und ja schreibt mir gerne noch ein paar Kommentare wenn ihr noch ein paar Tipps, Ideen habt schreibt sie mir gerne rein und wenn's euch gefallen hat lasst mir gerne ein Abo da und ein Däumchen und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin ciao 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 ciao